Ich lerne Deutsch. Nummer 10651 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Entlang des Radweges bieten sich immer wieder schöne Ausblicke in die Natur. Der Schlüssel zum lebenslangen Lernen ist Begeisterung. Als Kind war Mathematik mein Lieblingsfach in der Schule. Heute unterrichte ich an der Universität. Als Kind war Mathematik mein Lieblingsfach in der Schule. Heute unterrichte ich an der Universität. Ich genieße jede Sekunde dieses fantastischen Urlaubs. Geht es dir auch so? Ich habe zu jeder Kleidung einen Regenschirm in passender Farbe. Ich habe zu jeder Kleidung einen Regenschirm in passender Farbe. Unser neues Mikroskop war zwar teuer, aber es hilft uns sehr bei der Arbeit. Wo kaufst du deine Fahrkarten für die Reise? Wo kaufst du deine Fahrkarten für die Reise? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Und gib uns bitte ein wenig. Du bist neig. 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 W springst du reinstes Mal. đ�不會 sein dynamic. Du bist neig.